Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal SandoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde im LF220. Wir drücken hier mal auf weiter. Nächstes Spiel heute gegen VfB Stuttgart. Machen wir natürlich erstmal den Trainings-Dingens hier. So. Und dann, let's go. Äh, ja. Fünf Minuten, das passt. Und wir gehen rein. So. SandoGaming aus dem Park. Was ist das für ein Name? Was ist das für ein Name? Okay, let's go. Und, let's go. Am VfB. So. So. Zwei Minuten, Minute Geld. Eine Vorladekostenfaller. Ja. Und dann auch noch ein eigenes Tor geschossen. Verletztes Leben. Am. Geil, geil, geil. 2-0. Ja, Mist. Da habe ich leider ein bisschen verpackt. Macht aber nichts. Was ist denn da gerade passiert? Okay. Oh, Mist. Da war das. Oh, Mist. Das ist ein Glück, Alter. Abseits. Jetzt aber. Digga. Jetzt habe ich aber ein Sortistor bekommen. Ich wollte schon sagen, das geht ja so. Okay. So. 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 Wo soll ich denn da auch hin? So. 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 Ja, nimm doch den Ball, du blödes rotes Minikin. Jetzt. Ähm, 4.0 Watt wollt ihr Stuttgart in Stuttgart, die Scheiße, schade, an alle Stuttgart-Fanzen, das war's, Stuttgart ist natürlich auch ein guter Verein, ähm, Vorlagen, soviel schaffen sie einfach, wo sind das? Ja. Alle Vereine sind natürlich, gell? Mhm. Ja. 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 Ja, das wäre eine tolle Vorlage gewesen, sag ich. Ja, was war was denn? Ja, das war logisch, dass es nicht reingeht. Komm, schieß. Ja. 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 Was ist denn mit meiner Ausdauer jetzt los? Hä? Jetzt kommt es ja gerade durch meine Beine durch. Okay, der ist weg. Und 7 zu 0. Ich will mal kurz noch anmerken, ich spiele hier auf Profi. So, Halbzeit. Okay, let's go, Halbzeit. Ah, 7 zu 0, das schaffen die auf jeden Fall nicht mehr. Ich schaffe aber auch, glaube ich, keine Tore mehr, weil meine Ausdauer ziemlich am Arsch ist, wenn man hier unschwer erkennen kann. Das wollte ich nicht, aber okay. 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 Und da ist auch das nächste Tor. Nein da, der macht's. Wenn es jetzt die ganze Zeit so weiter geht, dann... Ja, also 10 Tore halt. Hä? Die machen aber auch irgendwie nichts mehr. Für den, äh, Zilber... Oh! 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 Da hat er gefoult, der Kollege. Ich würde sagen, ich tue hier gleich auswärts. So ab 60, 70. Ja, wunderbar gemacht. Digger, schieß doch zu mir, du Behnerdienststück Scheiße. Sorry, Leute. Ich bin hier familienfreundlich, ich sag sowas nicht. Hab ich gerade, aber ihr wisst, was ich meine. So, ja komm, wir wechseln uns jetzt auswärts. Ich will hier auch nicht 50 weitere Tore schieben. Wir sind gleich noch bei 20. Und haben sie noch ein Tor geschossen? Nö. 11-0. Das lässt sich sehen. Okay. So, weiter. Oh! Ich freue mich, dass ich die meisten Spiele ohne Gegentor habe. Gaming führte FC Bayern mit einem historischen Dreierpack zum Derbysieg gegen Stuttgart. Absolut unglaublich. Alles genau fantastisch. Ja, ne? Ich freue mich, dass ich die meisten Spiele ohne Gegentor habe. Aber die Abwehr hat natürlich großen Anteil an dieser Leistung. So, jetzt komme ich für mich. Zack. Ich habe das Spiel gegen VfB Stuttgart dominiert. Mich kann niemand stoppen. Fußball ist das Beste. Hm. Okay, da findet es nicht so geil. 2000 Kommentare. Alles klar. Agenturnachricht. Es freut mich. Ja, Digga. Diese Nachricht schreibt er auch ungelogen 50 Mal. Ja, machen wir. Wir investieren natürlich wieder. Und weiter. Okay, gegen FC Barcelona. Leute, das hängen wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Like, Abo und Kommentare. Schaut außerdem auf meinem Discursor vorbei, der so unten in der Video schon verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Daumen auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao. Komm, wir fahren Richtung Sonnenuntergang. Ja, ja. Unser Ziel ist das irgendwo, irgendwann. Hol am Spät, die pinkes Wasser heiß. In mein Baus und blaue Butterfleisch. Kommt die Wolken, kann uns heute sein. Hat aber eigentlich ein Waffelstein. 電ium. Hey, da la la ta ta... 由... paar... 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 va... paar... finns... sulf Es